Ingo präsentiert wieder mal ein kleines Originalvideo von einem absoluten Kultklassiker. Originalautoren. Die Originaldiskette 1987. Das legen wir mal weg. So, Menü von der Originaldiskette. Fastloader. Sogar Auswahlmenühe hat es damals schon gegeben. Habe ich selber gar nicht gewusst. Das waren ja damals alles nur Raubkopien. So, scheiß Monitor. Und zum Beweis. 1541-2-Ultimate ist stillgelegt. Original-Hardware. Interessant. Interessant. Die Melodie kennt ja wohl jeder. So, dann starten wir mal. Originaldisk. Und tschüss. Grüß Ingo. Grüß Ingo.